Werder Bremen ist es gelungen einen 3 zu 0 Rückstand bei der TSG Hoffenheim zu drehen und das Spiel letztendlich noch mit 3 zu 4 für sich zu entscheiden und wie sie das geschafft haben, zeige ich euch in diesem Video. Bevor wir zu diesem krassen Comeback kommen, muss man besprechen, was zunächst falsch lief, beziehungsweise ich würde es in dem Fall eher so sagen, was Hoffenheim gut gemacht hat und dazu schauen wir uns die Hoffenheimer im Ballbesitz an. Hier erstmal einfach die Grundformation, das war ein 3-4-1-2, also klare Dreierkette, zwei Schienenspieler, im Zentrum zwei Sechser, dann Loschek, der eher als Zehner agiert hat im Ballbesitz und dann eine Doppelspitze davor mit Bülter und Berischer. Bremen hat wie gewohnt im 5-3-2, 5-2-3 eher so eine Hybridform verteidigt, wenn es mal tiefer war, so wie hier, allerdings ist man ja meistens vorne schon hoch drauf gegangen mit einem hohen und mannorientierten Pressing, das auch komplett Mann gegen Mann über das komplette Feld war, wie man es von Ole Werner ja gewohnt ist. Und als Antwort darauf hatte Hoffenheim verschiedene Varianten, wie sie das Spiel aufbauen, der Aufbau gelang in Gleichzahl zunächst sehr gut, man hat mit der regulären Dreierkette aufgebaut, hat aber durchaus variabel das mannorientierte Pressing von Werner ausgespielt und teilweise auch manipuliert. Hin und wieder ließen sich die Sechser in die erste Aufbaulinie fallen mit Tohumcu und Bischof, so wie hier Tohumcu oder eben seitlich aus dem kompakten Werderzentrum heraus, das sieht man jetzt hier gleich, hier baut man es wieder auf, man sieht Bremen Mann gegen Mann überall und Hoffenheim verlagert das Spiel links raus auf Bischof, der sich dort rausfallen lassen hat, dann eben Stay auf sich zieht, der ihm zugeteilt war im Pressing. Hin und wieder ist Grilic, der zentrale Mann der Dreierkette, ins Mittelfeld aufgerückt, so wie hier, außen ist dann immer wieder auch mal ein Schienenspieler tiefer gekommen und einer der Stürmer hat dann die Breite besetzt und seinen Gegenspieler mitgezogen und das sieht man beim 1 zu 0 in Perfektion, da ist es Brass, der tief kommt in einen Viereraufbau, Agut zieht er dementsprechend mit sich heraus, Bülter positioniert sich vorne, aber auch ganz außen zieht dementsprechend Malatini mit sich aus der Ordnung raus. Auch Loschek kommt zentral entgegen, zieht dadurch stark hinten heraus, wonach Berisha gegen Jung in einer 1 gegen 1 Situation den Ball festmachen kann und dann das Tor dementsprechend einleitet, Hoffenheim spielt es dann gut aus, Bülter letztendlich mit dem Tor. Beim zweiten Tor ist es dann ein Ballgewinn im Zentrum, Tohomcu schickt Bülter, der dann wieder eine gute Einzelaktion hat und das 2 zu 0 erzielt und beim ebenfalls sehr frühen 3 zu 0 ist es wieder eine Umschaltsituation, nachdem das Gegenpressing von Bremen nicht gegriffen hat. Bülter und Brass spielen es wieder gut aus über die linke Seite, Bülter dreht seinen Gegenspieler ein, bringt den Ball in die Mitte und relativ glücklich erzielt dann Loschek das 3 zu 0. Da muss man aber auch sagen, Hoffenheim hat da wirklich fast jede Chance genutzt, sie haben zwar das Spielgeschehen kontrolliert in der Anfangsphase bis zum Platzverweis, aber dass da jede Chance drin war, war schon auch glücklich, beziehungsweise halt effizient. Kommen wir jetzt zum Wendepunkt des Spiels, müssen dazu aber zunächst einmal die grundlegende Herangehensweise von Bremen mit Ball anschauen und da sah das dann meistens folgendermaßen aus, man hat in einer Viererkette aufgebaut, in einer Art 4-2-4, Linksverteidiger war Köhn, der tief geblieben ist, Malatini wurde dann zum Rechtsverteidiger und Agu ist rechts vorgeschoben, dann hattest du Schmid, der links die Seite besetzt hat und im Zentrum sowohl Dux als auch Weißer, der ja mittlerweile eine andere Rolle spielt, die sehr spannend ist, da komme ich gleich noch etwas ausführlicher dazu. Und die Zentrumsspieler haben sich auch immer wieder etwas tiefer positioniert, haben sich dann auch mal fallen lassen, dementsprechend ihre direkten Gegenspieler mitgezogen und somit den Raum geöffnet, zentral zwischen den äußeren Verteidigern von Hoffenheim, der eben sehr gefährlich ist, wenn man dort hineinkommen kann. Die Variante kennt man ja mittlerweile ganz gut, auch von Stuttgart zum Beispiel, ansonsten, wenn wir jetzt noch die Herangehensweise von Hoffenheim anschauen, die haben es ebenfalls Mann gegen Mann gepresst, dabei allerdings Bülter und Berischer auf die Innenverteidiger angesetzt. Loschek war dann gemeinsam mit einem seiner eigenen Sechser an der Werder Doppelsechs, wodurch dann die Hoffenheimer Schiedenspieler auf die Werder Außenverteidiger hochschieben mussten und dementsprechend auch viel Raum nach hinten lassen, wo man es dann ohne unmittelbare Unterstützung in einem 4 gegen 4 verteidigt hat. Da konnte es dann schon hin und wieder brenzlig werden, zum Beispiel Zetterer als Torhüter war dann immer der freie Mann, hat dann auch oft gute Pässe gespielt, wie in dem Fall, aber wenn wir jetzt zur entscheidenden Szene kommen, auch dort, denn durch das Pressing sind alle Passoptionen von den Bremer Aufbauspielern zugestellt, er findet aber den tiefkommenden Weißer, der sich dann gut auftritt und Agu in die Tiefe schickt, in den eben besprochenen Raum, der da eben frei wurde. Duxch bewegt sich auch etwas weg und öffnet diesen Passweg und Agu zieht dann eben die rote Karte gegen Enzoki, der es nicht gut macht. Bevor wir jetzt zum weiteren Spielverlauf kommen, erstmal die grundlegende Formation von Bremen, wenn man mal kontrollierteren Ballbesitz hatte, und zwar ist die Werderraute zurück in einer anderen Variante, man hatte hinten die reguläre Dreierkette, dann hat sich eben diese Raute geformt, du hattest die Schienenspieler breit, vorne Duxch und die Raute war dann eben so besetzt, dass Lienen der klare Sechser war, Schmied links der Achter, Stay rechts der Achter und Weißer hat sich dann eben klar im Zentrum positioniert als Zehner und somit diese Raute mit den vier Spielern gebildet, die vor allem nach dem Platzverweis dann sehr gut funktioniert hat. Warum das der Fall war, zeige ich gleich. Hoffenheim sehen wir hier, hat in einem 5-2-3 verteidigt, mussten dann aber dementsprechend umstellen, da sie logischerweise ein Mann weniger waren und das war dann eben ein 5-3-1. Wir sehen hier auch wieder die klare Rautenbildung in dieser Anordnung, so hat man es immer wieder gut gespielt. In dem Fall ist es Schmied, der den kreativen Pass spielt, das war meistens der Fall in dem Spiel, hatte glaube ich sechs wichtige Pässe gespielt. Weißer war es immer wieder, der sich gut zwischen den Linien bewegt hat, wie in dem Fall den freien Raum erkannt hat und sich dort positioniert, bekommt dann auch den Pass von Schmied. Während zum Beispiel Stay auf der rechten Seite immer wieder gute Laufwege hatte, als Boxcrasher mit späten Läufen in den Strafraum kommen konnte, hat so dann auch wie hier den Gegenspieler weggezogen, somit Weißer noch mehr Platz geschaffen, der dann hier den gefährlichen Abschluss nimmt, Baumann pariert. Allerdings die anschließende Ecke spielt man kurz aus, trifft dann eben ja relativ glücklich mit Malatini, aber das war schon mal wichtig, dass man da relativ früh das erste Tor erzielen konnte nach dem Platzverweis. Wie gesagt, Hoffenheim hat dann in einem 5-3-1 verteidigt, allerdings herrschte da immer wieder Unordnung, da das Personal mit Ball zwar solide in dieser Ordnung performen konnte, allerdings sind Bülter als Schienenspieler, Kader Rabeck als Halbverteidiger, Krilic als zentraler Innenverteidiger und Loschek im Dreier-Mittelfeld nicht ideal, um fast nur noch tief zu verteidigen, was dann eben der Fall war. So findet Schmid hier wieder Weißer mit seinem Pass, der dann zwar noch rüberlegen könnte auf Duxch, aber selber abschließt, es folgt wieder eine Ecke und wieder im Anschluss kommt man dann zum Tor, Flanke Duxch, Stay verwertet per Kopf. Denn bezüglich der nicht idealen Besetzung der Hoffenheim-Spieler in dieser Ordnung, muss man sagen, dass sie in Unterzahl zwar mit Ball ohne große Durchschlagskraft aktiv blieben, gegen den Ball laufen sie aber nicht mehr so hoch an und stehen fast nur noch in einem tiefen Block, eben in diesem 5-3-1 und dazu waren es halt eben nicht die idealen Verteidiger in diesen Rollen, von ihren Fähigkeiten her würde ich zumindest sagen, würde auch die zwei schnellen Werder-Tore und weitere Chancen erklären. Werder hat jetzt auch richtig angeschoben mit beiden Halbverteidigern auf der jeweiligen Seite, plus der Mittelfeldraute und so fand man vor allem durchs Zentrum immer wieder Lösungen, auch mit Weißer und Duxch, die sich extrem klug ohne Ball bewegen und dann auch immer wieder schöne Kombinationen hatten, vor allem in der zweiten Halbzeit, die zeige ich euch gleich auch noch. Die zwei Tore sind dann aber jeweils bei den auf die Chancen folgenden Ecken gefallen. Matarazzo reagierte dann erst nach den beiden Treffern und zwei weiteren Großchancen von Weißer und brachte mit Drechsler einen Innenverteidiger für Berisha bei gleichbleibender Defensivordnung dieses 5-3-1. Dafür ist dann Bülter eben wieder vorgerückt, Kadarabek rechts raus auf die Schiene und so hatte man einfach defensiv stärkeres Personal dafür, dass man fast nur noch tief verteidigt hat. Bremen presste weiterhin Mann gegen Mann, hatte jetzt sogar eine Plus-Eins-Absicherung hinten durch die Überzahl. Dementsprechend konnte man auch den ein oder anderen Ballgewinn erzielen. Genauso geschehen beim 3-3. Man erobert sich den Ball im Mittelfeld, dann spielt Duxch einen genialen Pass raus auf Agu. Der versucht ihn dann in die Mitte zu bringen, kommt relativ glücklich wieder zu Stay, der dann den Ausgleich schon in der ersten Halbzeit erzielt. Hier nochmal ein Bild der im Zentrum geformten Raute, damit ihr mir glaubt, dass das definitiv kein Zufall war. Das hat man immer wieder bewusst so gemacht und dann auch dementsprechend Lösungen gefunden. Hier ein Beispiel, zum Beispiel hat man mit der Zeit dann immer mehr eine größere Spielfreude an den Tag gelegt, war dann auch deutlich fluider, dann hat sich Duxch mal fallen lassen, Kön ist eingerückt, Schmied hat mal die Breite besetzt oder sich auch mal auf rechts positioniert, so wie in dem Fall. Da spielt man es auf engem Raum gut aus, Schmied auf Weißer, der rauslegt auf Stay, Stay dann direkt in den Lauf von Schmied in die Tiefe. Da ist der Raum eben frei, da der Hoffenheimer, in dem Fall Agpogume, aus der Kette rausgerückt ist auf Weißer. Dementsprechend kann sich Schmied den Abschluss nehmen, trifft zwar nicht, aber das zeigt nochmal ganz gut, dass man da sehr gute Lösungen gefunden hat. Nach der Halbzeit erzielt man dann auch sehr schnell die Führung. Da ist es wieder im Anschluss an einen Eckball nach einer Großchance, in dem Fall von Köhn war das. Man spielt den Eckball wieder aus, dann ist es Stay, der rauslegt auf Weißer, im Strafraum einen Doppelpass spielt. Also Hoffenheim hat es auch wirklich nicht gut verteidigt. Weißer zurück auf Stay, Kopfballtor, 4 zu 3 Führung. Auch danach, trotz der Führung im Rücken, kontrollieren sie das Spiel weiterhin und kreieren sich weitere Chancen. Hier ist es wieder mehr oder weniger aus der Raute heraus, Schmied von außen, spielt in die Mitte ins Zentrum auf den einlaufenden Weißer. Der spielt dann mit Duxch einen Doppelpass, spielt ihn dann in die Tiefe an und wieder ist er frei vor dem Tor. Ein Hoffenheimer kommt gerade noch so dazwischen, aber gerade Weißer und Duxch waren sehr gut im Zusammenspiel auf engem Raum und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, diese Besetzung generell Weißer, Offensiver bzw. Zentraler statt auf der rechten Schiene. War eine sehr coole Anpassung schon zu letztem Spiel gegen Bayern und dass man es jetzt so auch gegen Hoffenheim weiter durchgezogen hat, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, weil es auch einfach gut geklappt hat auf dem Feld. Grundsätzlich hat es Bremen in der Überzahl auch einfach gut gemacht, verlagern wie hier zum Beispiel auf einen Halbverteidiger und der Achter auf seiner Seite vor ihm schiebt bewusst nach vorne in die letzte Linie, zieht damit den äußeren Achter von der Hoffenheimer Dreier-Mittelfeldreihe mit sich mit und öffnet damit den Raum für den Halbverteidiger, um dort hinein anzudrippeln, einen Raumgewinn zu erzielen und dann eben durch das Zentrum wieder gefährlich zu werden. Hoffenheim hat dann in der 76. Brun Larsen für Kaderabek gebracht, dementsprechend auf eine Viererkette umgestellt. Also sie kamen gegen Ende nochmal, haben dann nur noch mit den zwei Innenverteidigern und der Doppelsechs aufgebaut, die Außenverteidiger ganz hoch geschoben, haben dann aber auch nur noch eine große Chance in der 81. Die hatte es in sich, muss man sagen, aber ansonsten hat man sich nichts mehr kreiert. Bremen hat es dann gut verteidigt mit der Überzahl, war das auch nicht allzu schwer, aber grundsätzlich gute Herangehensweise von Bremen. Es wäre natürlich spannend zu sehen gewesen, wie sich das Spiel mit Gleichzahl über 90 Minuten entwickelt hätte, da Hoffenheim an sich einen guten Matchplan hatte, der zunächst auch aufging und Bremen mit der Mittelfeldraude und Weißer auf neuer Position eine leicht veränderte Ordnung hatte, die erst in Überzahl so wirklich gegriffen hat, vielleicht aber auch ohne Platzverweis mit der Zeit funktioniert hätte, das weiß man natürlich nicht. Ich glaube, mit den Abläufen und so weiter hätte es auch ohne die Überzahl funktioniert, vielleicht hätte man da nicht gewonnen, wäre aber schon nochmal rangekommen und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass Bremen hier die drei Punkte mitnehmen konnte gegen einen Verein wie Hoffenheim. Auch mit dieser spannenden Herangehensweise mit der Raute im Mittelfeld, kennt man ja bei Bremen aus alten Zeiten. Auch wenn ich als Freiburg-Fan ein wenig Sorge habe, da Bremen der nächste Gegner ist. Das soweit meine Analyse zum Comeback der Bremer gegen Hoffenheim. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Video in die Kommentare, gerne auch eure Erkenntnisse zum Spiel. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Oh! Oh!